hey leute mal wieder ein kurzes status update von mir ihr werdet sicherlich schon gemerkt haben dass der uploadplan der zeit wieder mal so gar nicht eingehalten wird und ich hatte euch ja schon mal gesagt dass wenn das so ist dann liegt das daran dass sie privat stress ab oder irgendwas dazwischen kommt und so ist es jetzt auch diesmal ich bin vor kurzem mal wieder krank gewesen weil irgendwie ist mein immunsystem total im keller aktuell weil das leben in den letzten zwölf monaten nicht gerade nett zu mir war auch vor allem in den letzten wochen nicht und ja habe ich mal wieder krank gewesen dann hat man hier und da keine lust aufzunehmen und dann geht sein damals nicht gut und so weiter ja das wollte ich euch nun mal mitteilen unter anderem dass deswegen weniger videos kommen ich habe mich jetzt auch tatsächlich aber ran gesetzt mal mit dem abo special anzufangen was ich schon vor längerer zeit mit euch angefangen habe wo ich euch um fragen gebeten habe und daraus ein kleines q&a oder ein größeres q&a machen wollt was ich jetzt auch mache ich weiß nicht ob ich es euch schon erzählt habe aber ich mache das ganze ja in zwei videos das erste video werden alle fragen zu gaming und meinem youtube kanal sein und das zweite video werden lustige fragen und persönliche fragen sein und ich habe das erste jetzt quasi aufgenommen die ganzen gaming fragen und fragen zu meinem kanal beantwortet muss das schneiden noch schön musik unterlegen und mal gucken was ich da so mache und dann wird es demnächst hochgeladen heißt ich werde jetzt dieses abo special priorisieren damit ich das auf jeden fall diesen monat noch komplett hochgeladen habe das ist zumindest so mein ziel das heißt let's play videos werden ein bisschen hinten dran gestellt es kommen vielleicht trotzdem noch let's play videos diesen monat aber mein ziel ist jetzt auf jeden fall erst mal das abo special fertig zu machen und euch auch zu präsentieren für die dies noch nicht wissen ich werde in gut zwei wochen ende des monats drei tage zu annie und lisa fahren und da werden wir auf ihren livestream machen das wird richtig geil dazu kommen noch ankündigungen dazu werdet ihr noch informiert wir freuen uns jetzt schon wenn ihr wieder dabei seid das wird entweder der samstag sein der 27 oder der sonntag der 28 aber ich vermute mal eher der samstag aber wir schauen mal werden euch auf jeden fall dazu informieren ich wollte ich nur kurz informieren wie gesagt das abo special hat jetzt für mich erstmal priorität weil dann das muss irgendwann mal online kommen kann ich ewig auf sich warten lassen auch wenn es mir mal nicht so gut geht und die let's play videos kommen hinten dran und ich schaue mal wie viel ich davon diesen monat noch hochladen aber auf jeden fall will ich das abo special fertig machen sondern und das kommt wie gesagt in zwei videos gut wollte ich euch nur mitteilen haut rein genießt abend tut was für euch durch was gutes und wir hören voneinander